liebe leute hier solltragner herzlich willkommen zurück zu going medieval sollte das spiel zu leise sein mit den kurzen kommentar in die kommentare logischerweise wohin sonst ich habe meine kopfhörer komplett umgestellt ich bin jetzt von meinen racer kopfhörern weg habe jetzt wieder kabel kopfhörer deswegen müsste man da eventuell noch mal ein bisschen nach setzen so wir starten ins spiel wir hätten gerne die mauern heute mal noch ein stück weiter ich hätte gerne hier alles aufgesammelt wir gehen mal von den ebenen bisschen runter so und schauen wir mal was das spiel heute bringt in der letzten folge wurde mir ein bisschen attackiert ich glaube das wird jetzt wird es wieder ein bisschen ruhiger vermutlich und dann hatte ich einen kleinen plan heißt aber wir müssten das komplette lager umbauen das komplette lager müssten umbauen dann schaut es weniger aus wie eine burg also also so wie ich mir eine burg oder eine ritterburg oder wie auch immer vorstellen mauer drumherum in der mitte die ja ich sag mal der königssaal in dem fall mein schlafplatz meinen aufenthalts rauben und nach außen hin die unwichtigeren sachen wie felder und sowas unten müssen versorgt werden gewisse geht schon ins bett ja kira kommt schon zur wundbehandlung passt dorfbewohner sind erschöpft quisse ja der muss sich halt erholen das passt schon ich hätte jetzt einen anderen plan ich würde gerne richtung effektivität gehen ich würde gerne mal was ausprobieren so habe ich noch nie gespielt dass weder rim world noch hier going with deal oder sonstiges ja ich würde sagen ich probiere das einfach mal trotz allem heißt es als erstes muss so oder so die mauer fertig werden ohne mauer wobei die mauer muss nicht fertig werden weil ich sehr anhand von den und den abständen wie es ausschaut und ich würde einfach sagen wir fangen hier oben dann an mit dem mit dem umbau ich würde sagen wir fangen hier oben einfach an wir bauen eigentlich das problem ich würde aber eigentlich gerne alles aus lehm bauen wir haben bedingungen 06 075 das problem an der ganzen geschichte ist wenn ich meine mauern aus lehm bauen wo jetzt nicht anfangen neue häuser zu bauen ja und zumindestens die häuser hier am rand hätte ich eigentlich auch gerne aus lehm 093 wäre mit dämmung eine einfache lehmwand treffer punkte die treffer punkte werden mir jetzt hat tatsächlich relativ wurscht aber 150 ist schon sehr wenig weil eigentlich wurscht eigentlich wurscht wie viel leben haben wir denn gar keins was wahrscheinlich daran liegt dass das leben immer oben liegt und nicht unbedingt in unserem lager landet wir reißen einfach mal hier ein ordentliches stück ab das sollte lange ja überall liegen hier noch die ganzen sachen rum aber gut die sind nicht so wichtig die sind nicht so wichtig wir warten mal kurz eine runde was ist und wer läuft hier rum bernot ok warum schläft bernot nicht jetzt ist er erschöpft klasse geht da ins bett geht aber trotzdem nicht jetzt geht er pennen jetzt wo er gleich wieder aufstehen muss ne jetzt holt er sich was zum essen also ok manchmal ist diese ist diese der ganze terminplan und die die zuverlässigkeit der leute wie die sich daran halten manchmal ist das halt echt übel jetzt ist es 6 uhr bernot trinkt noch was ja wir sagen bei bernot einfach mal schnell mach was du willst bitte so jetzt muss ich aber tatsächlich bei mir die musik ein bisschen runter drehen mir rumt hier gerade die ohren weg dafür mache ich es bei euch ein bisschen lauter also in obs naja jetzt bin ich ein bisschen an den einstellungen kämpfen das muss ich mir später mal ein bisschen genauer angucken ich habe jetzt auch keinen drehknopf mehr an meinen kopfhörern für die lautstärke oder sowas ich habe zu bayern dynamik da ist das alles ein bisschen anders aber die soundqualität ist bei mir wesentlich besser so waschung nahrung erhaltbar machen freischalten wir können jetzt bauen regale euch aus wir bauen tatsächlich mal auf ich mir egal hier hin bauen ja bestimmt oder einfach mal hier ein regal hin wo man essen hin tun könnte den räucherofen setzen wir mal hier hin so habe ich jetzt echt war es noch kein raum oder habe ich ihn aufgelöst ich weiß es nicht was passiert wenn ich es jetzt wieder abreiß kommt jetzt jemand her und reißt mal ab ah ähm wer war denn unser händler redekunstquizel immer hier her und gehe mal abreißen ne war noch keine große halle ok hast du was interessantes was du uns verkaufen möchtest nein du hast nichts für mich weiter der forschungstisch 1300 hast du nicht ok warum ist der große raum noch kein großer raum ist egal ist egal ähm ich baue jetzt einfach das regal hier auch wieder rein direkt ist ok wir werden die große halle wird alles umgesetzt werden deswegen ja spielt das mal keine rolle die frage ist jetzt nur leben ähm aus was baue ich jetzt die weiteren gebäude das ist die frage aus was baue ich die weiteren gebäude holz wäre am leichtesten am schönsten wäre eigentlich in meinen augen äh kalkstein oder kalksteinblöcke aber da habe ich nicht so viel also wenn dann müsste ich eigentlich müsste ich aus lehm bauen finde ich dann muss ich meine pläne aber erstmal noch nach hinten verschieben weil da muss erst die wand fertig werden oder einfach doch aus holz gut gute frage nächste frage holz wird überall rum liegen Von der Schönheit her spielt das ja keine Rolle, gell? Wert. Ja gut, der Wert natürlich. Ja komm, wir warten einfach. Wir warten einfach, bis wir es aus Lehm bauen können. Man muss halt erst die Mauer fertig werden. Ich werde auch von meinem Plan jetzt, wie ich das dann mir gedacht habe, werde ich jetzt noch nicht allzu viel verraten. Kurzbogen. Gut. Okay, wir schauen mal kurz. Frontfuchs hat einen Kriegsbogen solide. Pira Meisterschutz Langbogen solide. Live. Kurzbogen schwach. Und Nemex. Kurzbogen gut. Dann live. Nimm den Kurzbogen gut, bitteschön. Leinengambison ist aufwärtig. Gerade, was trägst denn du? Leinengambison ausgezeichnet. Mika. Rüstung aus Leder schwach. Oh, ist auch ziemlich kaputt schon. Quisse. Kettenrüstung aus Eisen schwach. Bernor. Leinengar. Okay, dann Quisse. Zieh mal bitte die Rüstung an. Schaut das mit den Schilden aus. Okay. Schilden passen noch. Schilden passen noch. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut, auch hier. Na, Hund. Wieder aufgewacht. Und pennt hier neben mir. Na, wieder umgeblumst. Wieder umgeblumst. Soviel dazu. Halt, das ist falsch. Hier haben wir die Treppen. Okay. Ich überlege gerade, ob ich mal kurz Transport auf 1 stelle. Aber eigentlich sind mir die Sachen, die hier rumliegen, relativ latte. Deswegen. Okay. Wir können Fleisch haltbar machen. Machen wir mal 60 haltbare Fleisch. Dann müssen wir aber auch jagen gehen. Jagen wir mal die Hasen. Jagen wir mal die Hasen. Der Raum muss dann weg. Der Raum muss weg. Beziehungsweise kann man beide umfunktionieren. Da müssen wir anbauen. Den Raum funktionieren. Na, der kann bleiben. Den funktionieren wir um. Ah, und das Größte wird dann die Küche, äh, das Lager unten sein. Das Lager unten. Da brauchen wir dann mehrere Eingänge. Da muss ich mal gucken, wie ich das am besten hinbekomme. Äh, hinbekomme. Wundbehandlung. Berner, okay. Was hat denn Quizze noch? Ah, das gebrochene Bein, genau. Das gebrochene Bein. Die Felder müssen dann weg. Na, wir müssen mal schauen, ob ich das alles so hinbekomme, wie ich mir das einigermaßen vorstelle. Aber trotzdem, Hauptthema ist, erstmal müsste die Mauer fertig werden. Habe ich dann jetzt eigentlich schon Kalksteinblöcke, ja. Sollen wir mal hier anfangen, die erste Mauer draufzuziehen. So quasi. Wir fangen mal an, die erste Mauer zu ziehen. Das ist natürlich unten jetzt nicht so stabil. Dahinter und drüber ist es dann stabil. Natürlich nicht ganz so ideal, aber wird schon passen, hoffe ich. Wird schon passen. Okay, und das ist, das Ende ist absehbar hier. Es ist absehbar. Also am Anfang dachte ich mir, okay, so viel Platz soll ich die Mauer kleiner ziehen. Nee, komm, jetzt lass es mal so ein bisschen nach Gefühl und jetzt werde ich den Platz dann brauchen. Jetzt werde ich den Platz dann brauchen. Wie gesagt, die beiden Räume werde ich eher vergrößern müssen. Dann habe ich aber ein Problem hier mit dem Lager. Felder müssen weg. Das kann bleiben. Dann könnte ich das hier könnte ich abreißen. Na, schauen wir mal. Schauen wir mal. Das kann eigentlich bleiben. Hier das obere Stockwerk vielleicht weg. Kirche kann bleiben. Wobei die eigentlich zu groß sind. Vielleicht reiße ich die dann auch nochmal komplett ab. Und mache mehrere kleinere Kirchen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Wird schon irgendwie laufen. Was macht der hier eigentlich? Ah, okay. Hat geschlachtet. Ein Hagelsturm. Nein, mein Essen. Mist. Aber gut, Essen haben wir mehr als genügend. 308 Kohl, 363 Karotten. Also Essen ist eigentlich mehr als genügend da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aber wir müssten mal die Mahlzeiten erhöhen. Meine Ernte! Oh mein Gott! Okay, ist gar nichts passiert. Waschung verfügbar. Kochen! Freischalten! Okay, wir können jetzt eine Küche bauen. Das werden wir auch gleich mal tun. Dafür reißen wir das Feuer hier auf jeden Fall ab. Wir bauen eine... eine... Ist das irgendein Sinn? Nö. So. Die Fackel hängen mal um. Einmal Kochstelle, bitte. Einmal Kochstelle, bitte. Okay, hier ist sonst noch nichts gebaut. Da noch nicht. Okay, Mauern sind vorangeschritten. Dann einmal kopieren. Gut. Dann wäre das hier schon mal fertig. Tick. Frage ist, was ich hier hinten nochmal drauf. Weil ich glaube, hier hinten werde ich einfach nochmal eine Lehmziegelwand draufsetzen. Wenn wir dann noch relativ bald brauchen, damit wir hier oben mal auf die Mauer wieder draufkommen. Ja, doch. Nimmt Form an. Also wir sind wir sind da tatsächlich langsam auf den richtigen Wegen. Wer ist denn mein Oberbauer? War das live? Nee. Nemex. Nemex, könntest du mal bitte hier die Bücher bauen? Die ist wichtig. Und dann überlegen wir uns mal Forschung. Ich hätte ja gerne dann gehen wir auf die Forschung 2. Dann gehen wir auf die Forschung 2. So, jetzt hier. Jetzt haben wir hier hinten eingelegtes Gemüse. Okay. bis wir 80 haben und wir können sogar üppige Mahlzeiten bauen und zwar auch bis wir 80 haben. Für üppige Mahlzeiten brauche ich aber glaube ich Kräuter brauchen wir dafür. Gut, das ist nicht das Problem. Ich hätte gerne die üppigen Mahlzeiten vor den normalen Mahlzeiten. Warum haben wir jetzt schon 64 üppige Mahlzeiten oder nimmt der da die normalen dafür her? Nee, das ist eine unterschiedliche Zahl. Gute Frage. Nächste Frage. Ich hätte gerne, dass du mit Kohle oder mit Zweigen rennst. Ich sehe gar keine üppige Mahlzeit bei uns im Lager. Naja gut. Sei mal dahingestellt. Wie voll sind denn unsere Lager hier unten eigentlich? Okay, wir haben noch ein bisschen Platz. Nein, einmal reißen da, es kommt. Wir haben noch ein bisschen Platz. Aber, aber, so, da sind wir. Okay, wir müssten hier auch schon langsam wieder raufbauen quasi, dann würden wir hier rauskommen. Dann würden wir hier rauskommen. zu weit. Zu weit. Oh, okay. Wird eng hier mit der Treppe. Weil wir können ja auch ums Eck bauen, wir können ja auch ums Eck bauen. Das ist jetzt auch nicht so wild. wild. Das ist jetzt auch nicht so wild eigentlich. So, wie schaut's aus? Hier ist die Mauer fast fertig. Ja, okay, doch, wir haben unsere Mauer an einem guten Punkt. Punkt. Wir haben unsere Mauern an einem guten Punkt. Nicht mehr allzu viel. Haben wir jetzt hier draußen alles reingeholt? Ja. Ja. Gut. Dann müssen wir noch ein bisschen auf die Ziegel warten. Aber wir hätten auch noch welche. Ne Max. Okay, baut hier die Lehmwände. Immer schön der Reihe nach. Ja, geht auch wahnsinnig schnell. immer immer noch Quizzle. Mika handelt mal mit dem, aber ich glaube nicht, dass hier irgendwas passiert, oder? Waffen will er nicht. Winterkleidung, Winterkleidung, Bier, Räucherfleisch. Geh mit Gott, aber geh mit Gott, Wir wollen dich nicht bei uns. du bist kacke. Und dann würde ich aber sagen, wir fangen einfach schon mal an. Wir graben hier direkt die Tür rein, dann die erste Leiter. Hier würde ich rauskommen. es würde gehen. nicht ganz, nicht ganz, aber kein Problem. Dann machen wir das Ganze doch noch so. auch noch. Mhm. Also das hier müsste man abbrechen. Ja mal schauen wie ich dann hier das Eck hinbekomme. Mal gucken wie ich hier das Eck hinbekomme. Oder wir machen es ganz anders. Ja wir warten mal noch kurz mit dem Abgang hier, wo ich den genau hin mache. Ah ne, oh Gott, warum will ich denn eigentlich einen geraden Abgang reinmachen? Ich voll Depp. Wir können ja auch ein Treppenhaus bauen. Aber nicht so, das ist Quatsch jetzt hier. Das ist jetzt Quatsch was ich mache. Ach so, Türe. Direkt Treppe, okay. So, wie schaut die Mauer aus? Okay, hier ist fertig. Hier ist fertig. Hier haben wir noch ein paar Stückerl. Hier den Baum hauen wir um. Und da ist die erste weitere Mauer. Da werden wir mal direkt anfangen. Die nächste Mauer zu setzen. Nein! Äh, Angriff von den Nachkommen der Pest. Sie wollen Sklaven, sie wollen Blut. Wilde Räuber, die plündern und Brandschatzen stürmen dein Dorf. Was kriegen wir denn? Zwei Bogenschützen, Marodeure, bewegliche Bilde. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Ähm. Auch noch an einer schlechten Stelle für uns. Wir werden angegriffen. Das heißt, wir müssen jetzt raus. Wir müssen zu ihnen kommen. Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen. Joa, bis zur nächsten Folge. Servus!